Hier sind auch Toiletten. Morgen! Spielplatz! Nicht hoch! Ich bin kein Tier. Die sieht man nicht. Oh, die Scheiben sind ja noch nicht so gut. Hier sieht man nicht viel. Hier sieht man nichts. Hier sieht man nichts. Ich glaube, das ist neu. Viel Fross. Das ist auch neu. Das kenne ich noch gar nicht. Baustelle. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Noch einer. Da sieht man hier auch aus. Das ist ein Tier. Beide drauf. Das ist ein Tier. 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 Das ist ein Tier zu sehen. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Oh, der äppelt da gerade. Hier. Ich hab noch einen. Ne. Das ist fertig. Geh! 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 Ge Was ist hier? Kann man hier reingehen? Es ist schön, wenn man hier so reingehen kann, aber keine Katze zu sehen, die sieht man ganz schlecht. Die Kinder sind aber auch schon verscheucht. Das ist nicht zu sehen. Vorsichtig mit dem Strom sein hier. Das ist eine Bank. Ach, das sind wegen der Pferde hier. Hier sind, ja jetzt weiß ich, die sind... Hier sind glaube ich die Beeren hier oben. Ja, hier sind die Beeren. Und man sieht doch da... Hier sind die Beeren. 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 Spiderman Spiderman Noch einer Kilometer Sicher Wurde Aus Und dann wieder rum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöner alter Baum Jetzt bin ich wieder hier vorne Jetzt sind Wildschweine da vorne Jetzt weiß ich wo ich bin Jetzt sind Wildschweine da vorne Hier mal Erstmal den Hauptweg, glaub Das Restaurant Jetzt sind Wildschweine da vorne Das Restaurant Hier weiter Hier Das ist auch neu Das ist auch neu Das ist auch neu Es stört hier. Okay. hier ist ein ausgang da wollte ich jetzt nicht das wird nicht schön hier so eine gehege bitte nicht verlassen schön Das ist neu hier. Nachsaison. Hier sind die Schweine. Das ist noch geblieben am Eingang. Das ist noch geblieben am Eingang. Das ist noch geblieben. Hier sind sie auch am Bauen, was Neues zu machen. Da wollen die nicht reingehen. Die sind immer noch hier. Schmatzkonzert. Oh, haben die Wildschweine hier. Das ist noch geblieben am Eingang. Hier waren wir immer Wild drin. Doch, siehst du? Da kann ich mir noch erinnern. So weit weg. So laut hier für die Kinder. Wiesen. Das sind die, die hier so bekannt sind. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Diese ist so cool. Vielen Dank. Oh, einer läuft. Schön. Einer läuft. Jetzt noch einer in Bewegung. Oh. 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 So, dann können sie auch gucken, danke. Wir haben viel neu gemacht hier. Finde ich auch noch nicht. Toiletten. Das kenne ich auch noch nicht. Das ist viel neu. Information ist zu. Das sieht immer gerade aus. Wieder zurück. Drücken. Hier waren immer viel wild. Siehste? Boah. Vorhin die Lanz abhauen. Hau mal rein. Das ist sogar noch schöner. Wir sind scheu. Oh nein. Wir sind hier. Okay. Hier haben wir noch mehr Tiere. Wieder diese Gehörn. Sie sind so weit weg. Das ist jetzt abgezäunt. Alles freie Fläche hier. Ich kann wahrscheinlich auf dem Weg gehen. Sonst rennen die Tiere weg. Ich wollte jetzt nicht eine Kamera haben. Ich bin so weit weg. Guten Appetit! Das ist anders in Erinnerung hier. Aber alles Ordentliche! Rotwild. Ja, die sind ja da hinten alle. Jetzt kommt man wieder raus. Hier kann man auch sitzen. Und hier war irgendwo die Vogelshow. Jetzt hat sich hier viel verändert. Die Kinder sind viel zu laut hier. Da ist was. Kein Durchgang. Das ist doch kein Durchgang. Es ist so spät. Wolf. Da. Die sind da hinten. Die siehst du hier nicht. Da sind auch Wölfe. Und da hinten. Die sind. Die sind da hinten. Die sind da hinten. Die sind da hinten. Und jetzt müssen wir das ziehen. Da rennen die Tiere weg, wenn ihr so laut seid. Hallo! Schlechten Tag mit den ganzen Kindern hier. Das ist alles neu hier. Ziehen, doch kann man rein. Bitte Weg nicht verlassen. Ne, das mache ich ja auch nicht. Schön. Ein Pfohlgehege. Ah, da komme ich auf eine Barfußfahrt. Da wollte ich eigentlich nicht mehr hin. Ne, Pilze. Natur. Das ist eine Naturfahrt. Soll ich nicht mehr hin? Ja. ein Pils das ist ein Park für Naturliebhaber das ist das hier aber nicht wieder vorne nee das ist ein anderer 18 Uhr das sieht wieder gleich aus an der anderen Seite hier rein oder nee ist anders ist wieder was anderes hier das ist eine Ente die habe ich vorher noch nicht gesehen das ist was anderes hier war ich schon hier war ich vorhin schon hier mal weiter drücken jetzt sind die wieder hier von außen hier wo die Vs und das drin sind schön hier weiter rein da war ich ja schon drinnen genau von der anderen Seite hier sind mehrere Eingänge aber hier darf man ziehen man ist denn nun so dreckig scheint pure Natur hier hier bin ich ja schon wieder beim Anfang das ist das Restaurant und da gehe ich nochmal woanders hier bin ich wieder am Restaurant da würde ich eigentlich noch nicht hin hier geht es auch wieder zum Ausgang hier geht es auch wieder zum Ausgang hier sind die Gönnen da drinnen ich finde hier müssten noch Wegweiser so rein Laute Kinder Ja. Schauen wir mal mit den lang. Keinen will zu sehen hier. Der Wolf, der ist ja da hinten gelaufen. Wenn man die noch nicht sieht. Schön hier. Die Eger wird noch nicht gesehen. Der Sommer ist noch schöner hier. Das ist ein Storch. Wie ein Krani oder was? Das ist kein Storch. Doch, ein Storchart. Das ist auch neu. Das ist ja herrlich. Hier ist das Bild. Hier ist das Plätzchen. Das ist alles neu. Das ist alles neu. Hier oben. Das ist alles neu hier oben. Das ist alles neu. 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 Das ist ja richtig. Ich wollte nur ein bisschen marschieren hier. Ich habe einen strammen Gang. Ich will was sehen, deswegen. Nee, deswegen will ich ja da hoch. Da komme ich doch jetzt hin, ne? Ich höre sie nämlich schon. Der Weg ist aber gut zu laufen. Siehst du, irgendwie wusste ich das doch. Der Betriebsweg, kein Durchgang. Sie hat mir schon was gedacht. Die historische Kraniche. Die historische Kraniche. Ja, ja. Ja. Flugzone. Frei halten, ja, das mache ich auch. Oh, da oben sitzen wir hier. Ja. 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 Oh, der ist aber groß. Puh. Die sind aber groß. Ja. 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 Das ist jetzt dochartig TWO. Ja. Ja. Viewer running. Ja. Ja. Aber ich würde ja einmal das ihn so reden inne sein. ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist gemacht worden? Was ist gemacht worden? Ach, da sitzt er hier vorne sogar noch hübscher. Was ist das? Steppenadler. Das ist ein Steppenadler. Nun gucken wir mal an. An der Seite. Ich fixiere jetzt schon wieder was. Vorne sehen. Ja. Schick. Schön, dass die so hier sitzen dürfen. Ach, da ist noch einer. Nee, oi. Diese Lüge. Die hier. Na, der schimpft aber. Ja. Ja, bestimmt. Und wir dürfen dich ja nicht füttern. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja, das gehört sich auch nicht. Die kriegen schon ihr Futter. Und wenn wir was Falsches geben, werden die Tiere ja nur krank. Da bringt ja nichts. Ja, das ist nicht. Und andere können sich da nicht erfreuen mehr. Ich weiß nicht, was die genau fressen und das alles. Und das habe ich ja nicht mit. So eine bestimmte Fleischart. Das ist schön, wenn man sie ohne Käfig sieht. Viel schöner. Ja. Ach, da sitzt noch einer. Oh, der kommt da nicht weg. Der will weg, aber kann nicht. Der will fliegen. Kinder suchen. Kinder suchen. Elchwild ja siehst du hier wusste ich doch dass die noch auch hier die elche aber man sieht keinen hier wie ein der die 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 jetzt ist es besser jetzt ist es besser noch eine noch mehrere hier wir haben alle mit euch Piepschuhe hier es ist nicht so gut es ist nicht so gut es ist da noch ist das gelände hier wo ist das Jungtier noch hier kommt man auch wieder durch hier kommt man nicht durch kein Zutritt Falkenhof schön angelegt was für Anni hier hier ist es hier ist es hier ist es Schön hier, landschaftmäßig schön hier. Wo oben sitzen, also Sitzmöglichkeiten gibt es hier viel. Das war hier früher alles verwüstet, hier haben wir viel geschafft hier. Herrlich, die Sonne. Die Sonne, die Sonne. Die Sonne lässt schon wieder nach. Die Sonne ist weg hier. Hier kommt noch einen drauf. Ne, da ist noch einer. Jetzt fängt die Schuhe an. Die Sonne sind viel zu laut. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt sieht man die Elche nicht. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt fängt die Sonne weg. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt fängt die Schuhe an. Jetzt lebt die Schuhe an. Jetzt fängt die Schuhe an. Vielen Dank. Das ist hier praktisch der Parallelweg. Schön. Das sind die Wiesen. Hier sind die Wiesen. Schön. 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 Was ist das denn? Shit Hier kann es auch gar nicht weiter. Hier konnte man früher noch lang, hier durch den Wald. Hier sieht man sie noch mal. Die große Herde haben die hier. Die siehst du da vorne gar nicht. Die siehst du da vorne gar nicht. Die siehst du da vorne gar nicht. Und fährt. Die siehst du da vorne gar nicht. Oh, das ist schön. Die siehst du da vorne gar nicht. Die siehst du da vorne gar nicht. Die siehst du da vorne gar nicht. Die haben hier viel gemacht. Das ist kein Wasser. Sollen wir hier noch mal herfahren? Ja, auch nicht schlecht. Und im Frühjahr, wenn das noch Junges Grün hat. Und im Frühjahr. Und im Frühjahr. Und im Frühjahr. Das sieht alles ganz anders aus wie früher. Was ist denn da? Was ist denn da los? Was ist denn da vorne gar nicht? Was ist denn da vorne gar nicht? Was ist denn da vorne gar nicht? Vielen Dank. Oh, hier bin ich beim Wissen weniger. Oh, schön hier. Das ist ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen weiter. Hier ist noch eine andere Ecke. Hier ist noch eine Ausgabe. Hier bin ich schon. Da kann es nicht nach oben. Hier bin ich wieder eine Runde gedreht. Hier ist noch eine Runde. 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 Hier bin ich ja schon am Kaffee. Zehn. Oh, hier ist eine Bude jetzt auf. Jetzt ist eine Bude hier auf. Hier bin ich. Nichts wundern. Doch, hier war ich. Ja, hier war ich. Ja, hier war ich. Und er fotografiert da irgendetwas. Genau, die Ecke hier wollte ich hier noch. Die habe ich noch nicht. Ja. Der Curry kann man mal sehen. Den Harz sehen sie auch. Wenn sie mal Lust haben im Winter oder so. Ja. Die Ecke war halt noch nicht. Die sieht man jetzt hier nicht. Das ist hier zu unruhig. Das habe ich vorhin nur gesehen. Das hatte ich nämlich noch nicht mit drauf. Buttergehege. Was ist das hier? Ach, das ist die Schweine. An der hinteren Seite. Genau. Ah. Pfui. Musst du dir nicht einfach spulen da. Pfui. 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 Ist ein Otter zu sehen? Ach da, kaum mehr mit dem Gitter zu sehen. Die sieht man sonst ganz schlecht. Das ist deutlich. Das ist wichtig. 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 Das sind noch bei den Schweinen hier. Hier ist bei den, siehst du, jetzt bin ich wieder bei den Ohmen. Bei den Bären da, da brauche ich alles zu sehen. Was ist das hier? Oh, das blendet. Klasse. Ja, sie ist nicht viel. Oh, die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, sie ist nicht viel. Halt sitzen. Halt ruhig sitzen. Die sieht man da hinten gar nicht, die Tiere. Oh, das ist aber ein dicke Fell. Wolle dran. Wolltest du zu mir? Wolltest du guten Tag sagen? Nee, das ist eine Kamera. Nicht küssen, meine Kamera. Bitte nicht. Bitte nicht. Die ist treu, die kommt hinterher, wenn man da rangeht. Ja. Vielen Dank. Ziehen. Das ist wirklich schön hier. Die Ecke war halt noch nicht. Das ist privat. Das ist privat. Oh Gott. Oh, was ist da los? Das ist ein Unterwürf. Das ist ein Unterwürf. Sehr ganz bekannt mit den Schweinen hier. Sehr ganz bekannt mit den Schweinen hier. Das ist die Wesen dann da. Das ist das Pädagogische. Na, die Sonne geht auch weg. Das ist das Pädagoge. Das gleiche ist das Pädagogen. Das gehört auch mal dazu. Mit den Jahren gehören auch mal dazu. Oh, und dann. Die Streichelwiese ist das. Das war schon vor Jahren hier. An das Gehege kann ich mir noch erinnern. Später das noch ein bisschen. Der Tierpfleger. Den Schwein da. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier ist nicht viel zu sehen. Nur eine Landkarte. Da ist nicht viel zu sehen. Kann man auch sitzen hier. Wunderbar. Die haben hier wirklich viel gemacht. Das ist kein Tier zu sehen jetzt hier. Das ist kein Tier. Das ist kein Tier. Das ist kein Tier. Das ist kein Tier. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Vielen Dank. Es ist kein Tier zu sehen. Es ist ein Eimer. Da steht auch die andere, da wo der, äh, wo eigentlich der, äh, wo eigentlich der, äh, da stehen zwei Wasserkanister und obendrauf ist dieser Eimer mit Deckel, dieser Ovale. Ja. Und da ist Futter, trockenes Futter. Ja, genau. Ähm, ich war vorhin mit Reike da, da stand ein Kanister da, den hab ich jetzt auch wieder voll gefüllt. Das heißt, das ist ein Kanister, das ist ein Pahler, das ist ein Pahler, das ist ein Pahler, das ist ein Pahler, das ist ein Pahler. Ja, die Wildkatze. Aber die sieht man ja nicht. Das ist nicht zu sehen. Das ist ein Pahler, das ist ein Pahler, das ist ein Pahler. Jetzt wird es wirklich hübsch gemacht hier. Richtig schön. Das wird schön gemacht. Hier hat sich das Wetter hoch. Das ist ein Strändejahr. Jetzt können wir da ein Fenster reingucken. Hier sieht man die Scheibe. Den siehst du hier wieso nicht, den Otter. Schön gemacht hier aber. Hier sein. Ach da. Frittchen oder was sind das? Frittchen oder was? Ja siehste? Frittchen. Schlafen alle. Das hat ja meine Frist. Krass bitte nicht füttern. Fütter überhaupt keine Tiere. Das ist ein bisschen der Außendichter. Großer Trecker. Luchs. Was? Was ist es wieso? Kein. Ich muss noch, glaube ich, eher Richtung Bus. Hier noch eine hoch. Bitte. Hier sind sie alle weg. Die machen alle wieder Schlaf. Tieren. Ach schön. Wer der Natur liebt, für den ist das Richtige. Was ist das schon wie Gostete? Siehst du wieso nicht den Luchs? Ah, unsere Leute. Kannst du mir einmal durchlassen? Danke. Bitteschön. Das ist nett. Waschbeeren beißen. Waschbeeren beißen. Waschbeeren beißen. Waschbeeren? Waschbeeren beißen. Waschbeeren beißen. Waschbeeren beißen. Waschbeeren beißen. Ernie, Bernd, Oster. Die begleiten uns noch ein Stück. Robe. Ach, drei sogar hier. da habe ich ja noch nicht gerechnet hier da habe ich ja da habe ich ja da habe ich ja Hier sieht man sie ganz nah. Das ist doch eine schöne Filmaufnahme. Oh, ist das hübsch. Ich habe sie noch nicht gelutscht, ich weiß nicht. Das ist ja drollig hier. Das wäre schön. Mit den Hintern wollen wir nicht sehen. Was kostet eigentlich hier der Eintritt jetzt? Wie viel? 9,50 Euro. Also mit Sperbehinderten auch 39,50 Euro. Das geht noch. Und normal 12 Euro. Da kann man nicht so sagen. Jetzt ist er im Wasser. Tatsache. Das hätte man nicht gesehen. Aber der geht ja nicht. Der geht ja nicht. Der geht ja nicht. Der geht ja nicht. Die auch. Die auch. Der geht ja nicht. Aber das war doch nett gewesen. der Geräusche. Der geht ja nicht. Die auch nicht. Ich denke auch zu antreibtisch. Der geht ja nicht. Der geht ja nicht. Vielen Dank.